Direkt mal gucken den. Ey Rene, was kann man mit dem Kaktus grün machen? Das brauch ich. Ja, sag mir nur was ich damit machen kann. Die Dinger auf den Endertanks oben färben. Achso, du brauchst nur als Farbemittel. Ja, und vor allem ruhig Tanks. Die zwei Tanks lagen noch in der Kiste, dachte ich. Irgendwas konnten wir hiermit noch machen, was richtig cooles. Egal. Was wollte ich jetzt machen? Ich hab noch ein bisschen Silber, ein bisschen Blei. Ist ein Macerator frei? Der nicht? Der auch nicht. Kann ich die empty Zells nicht mit Wasser füllen? Doch. Ja, ja. Einfach mit Wasser. Ne, das hilft mir nicht. Ey, sonst hätte ich noch ein paar Overclocker gebaut. Ich weiß, dass ich mit Water Cells das machen kann, aber das hilft mir nicht, weil ich ja trotzdem die vier Eisen brauche. Du brauchst Zinn. Oder Zinn. Das ist besser, ja stimmt. Ich hab noch ein bisschen Zinn im Inventar. Aber den müsste echt noch brennen. Hier, ob du ein bisschen zinderst. Hm. Was haben wir noch? Das Ferris Metal. Äh, Ferris Order Scenetium. Lukas. Lukas, wo bist du grad? Multi. Du bist gemutet. Was? Wo du bist? Ich? Ja. Wo stehst du? Ich bin grad an meinem Häuschen. Ja. Stehen bleiben. Und ich war gemutet. Okay, ich bleib stehen. Ich war gemutet, weil ich grad... Wie schnell der Alarm losgeht. Hier. Reiß das Teil ab, Mann. Na, das ist cool. Wir sind so behindert, ey. Na, tippe, ist da wieder einer? Nein. Nein. In dem Moment war ich weg, ey. So, was wollte ich machen? Achso, ich bin eigentlich nur dabei, meinen Inventar aufzuräumen. Hm. Wie kann ich jetzt die, äh, die leeren Zellen mit Wasser füllen? Brauch ich doch vernitten Gerät extra? Nö. Einfach ins Wasser gehen. Achso, einfach wie ein Eimer. Gut, wie viel brauche ich? Alter, hab ich grad mit den Maschinen los. Die machen komische Geräusche. Ja, weil die alle keine Energie haben. Ach, die haben keine Energie? Hm. Letzt. Wenn jetzt stellen wir nochmal einen normalen, äh, Generator auf, aber... Hm. Ich wär eigentlich dafür, dass wir es heute noch schaffen, umzuziehen. Alter, wie viele Schweine sind inzwischen da? Viel zu übel. Hehehehe. Was willst du? Ich geh nur gucken. Als ob. Der kennt sowas gar nicht wie nur gucken. Das hier ist die MFE. Ah. Er braucht Energie. Geh weg, du Leacher. Guck mal, was ich für euch auch habe. Oh oh. Geh, verpiss dich! Alter, mach das Ding weg! Ich schmeiß das. Dreck eingesackt. Das schmeiß ich in die Lava, sobald ich unten in der Mine bin. Ja, ich hab das von Lukas geklaut. Deine Angst! Guter Mann. Was? Ist der der Gewinner? Was hat der geklaut? Genau das Richtige hat er geklaut. Nix. Genau das, was wichtig ist, Lukas. Na, du hast die, äh... Du hast das Teil. Okay. Ja, cool. Kannst du mir die entweder schön wieder zurückgeben, oder... Ne? Aber magst du die jetzt? Ich weiß von gar nichts. Ja, dann werde ich mir demnächst auch mal irgendwas von ihr claimen. Christopher. Oh, wie cool. Du bist einfach weg. Was, was? Wofür brauchst du dieses Scheiße? Das macht nur Krach. Ich brauch's erst nachher, ja. Damit ich einen Alarm hab. Guck mal, es gibt äh, Temperaturüberwache, ja. Und wenn die zu, wenn die zu, wenn das zu stark angeht, dann wird dieser Alarm losgehen. Ja, dann bringt dir der Alarm auch nichts, wenn das hochgeht. Christopher. Ne, dann geht der noch nicht hoch. Ja? Komm, wir nochmal hierher wieder. Kannst du ihn mal schön zurückbringen. Ich leg den in die Kiste. Ach so. Vor allem, warum, warum bist du unsichtbar, oder was? Nö, schnell. Der ist einfach sauschnell mit seiner Rüstung. Ähm, hier. Ah, danke. Brauchst du Themen? Ich hab grad welches dabei. Ja, dann lass es hier. Ja, nicht alles. Ja, dann, ich weiß nicht, ich brauch gerade, äh, ach, ich weiß grad schon mal nicht, wie man den dummen Schaltkreis macht. Ich brauch Kabel, Redstone. Und Refined Iron. Genau, Refined Iron. Ich hab dir da was hingehört. Danke. Ich hab's schon aufgehoben. Ähm, Redstone. Oh, renne unser Redstone. Wird alle. Aber egal, wie gesagt, ich hab hier jetzt den Gang zum, ähm, zum Dings zusammen. Oh, ich muss, ich muss schauen, wie man das anordnen muss. Ne? Den brauch ich. Ne, R mit U. Ach ja, okay. Sechs Kabel. So. Was, was, was wollte ich überhaupt machen? Ach ja, ein Overclocker. Uuh. Ich weiß aber auch schon nicht mehr, wie man den craftet. Uh. Ach so doch, ich hab doch alles. Ich wusste doch, dass ich alles hab. Die Mace Rater brauchen einfach zu lange. So, aber... Unser Eisen... Stand fühlt sich... Ey, Lukas, ich hand dir doch das Ferris Orgin. Ja, hast du. Warum hab ich doch nur 5 im Inventar? Wahrscheinlich, weil du welche... ...gefunden hast. Gefarmt. Mal ehrlich verdient. Ach also! Hm. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Richtig fertig, dieser Geil. So. Hier, das da baller ich jetzt hier unten drin. Was frisst eigentlich hier so viel Energie? Das versteh ich gar nicht. Irgendwas frisst hier mega Energie. Ich leg das mal alles hier ab. Wie hieß denn mal das Teil, womit man, ähm... Molten Ender herstellt? Äh, Kerubicle. Magma Crucible. Magma Crucible. Magma Cruci... Crucible sag ich doch. Äh, das fand ich mal. Äh, als ob ich dafür jetzt nen Nerderbrick brauche. Ist doch nicht schlimm. Alter, dann geh in den Nerter, zweimal links und dann hast du direkt... Ich hab hier 11 in der Kiste. So. Komm, dann kannst du mir den Rack vorbeibringen mit dem Howler. Dann kann ich dir noch ein Item dafür geben. Ein Item? Was für ein Item dann? Ja. Was willst du haben? Bisschen Iron Dust? Prinzipiell. Dann komm mal rum ums Eck. Ja. Manni, wo bist du grad unterwegs? Alter. Das ist schlecht. Hier. Sei froh, dass der Strom nicht läuft und Jetsch jetzt Schaden kassiert. Ich guck mal gleich wie, äh, gut der Server ist. Oh oh. Oh oh, wenn er das schon so sagt. Eigentlich hab ich ein gutes Gefühl. Der müsste eigentlich gut sein. Danke dir. Momentan läuft der echt, äh, freundlich. Vor allem brauch ich mehr Bricks. Was willst du denn machen? Äh, die Pumpe aufstellen, nimm der da. Ach, das packt er. Ja, von mir wird auch noch eine kommen. Ja, ne, das packt er trotzdem. Weil, ähm, muss er ja. René, da müssen wir jetzt umziehen. Ich will zumindest die Pumpe stehen haben erstmal. Ja, aber dann kannst du den zweiten Endertank noch nicht setzen. Noch nicht. Ja, ich mein nur. Die befeuerst du auch mit Sterling-Engines, gell? Äh, ne, einfacher mit, ähm, Redstone-Engines. Ach, die gehen dann nur mit dem Signal, gell? Da reicht ein Redstone-Signal, jaja. Die reichen für die Pumpe vollkommen aus. Okay. Gut, gut. Aber ich baue jetzt erstmal hier grad meine, äh, so einen kleinen Bunker. Als ob irgendwer von uns da was klauen würde. Oder kaputt machen. Hm, kaputt wird hier gar nichts gemacht. Ich mein... Ich hab eher Schiss, dass mir da so ein Gas reinhaut, ne? Ja, aber der... Da steht ja auch nichts. Ein Mob-Griefing ist ja aus. Alter, warum laufen hier so viele Schweinchen rum? Naja, okay. Du hast dich grad rausbefördert, also musst du sterben. Okay. So. Als ob! Dieser scheiße Product-Table, Mann. Den Anker. Fuck, ich möchte es ja... Dann hol die alten normalen... Nee, der ist nicht mal so praktisch. Ja. He. So. René, wo soll ich denn die 23 Glas hinlegen? Dann schlägt das einfach hier in die Kiste mit, das... bei das Gold. Für euch hat's Waren. Gut. Das läuft. Maserator läuft. Soll ich den... Ja, ich kann... Mann, Moment. Kein Links frei. Keine Öfen frei. Ähm... Ach, ich wollte eigentlich buddeln gehen, genau. Genau. Hat sich schon grad 15 Minuten gefühlt gebraucht, um mein Inventar zu leeren. Ja, ich weiß auch nicht. Das Gefühl kenne ich. So, und irgendwo geht's hier links ab. Hier nicht? Hier. So, mal gucken, ob das funktioniert hier. Hä? Ja, Server has closed. Ach, ich dachte schon. Wenigstens noch 20 Fackeln dabei. Jawohl. Pumpe läuft? Pumpe läuft, Tank füllt sich. Einwandfrei. Und ich mal einen Abflug. Ja, brauchst du ja nicht mehr. Hast du jetzt den Dimensional Anker benutzt, oder...? Ja, der war jetzt einfacher zu craften. Wie viel lädt der denn? Äh, neun mal neun. Ja, und lädt in dem Moment nicht auch die, äh... die Pumpe? Ich mein, die Pumpe kannst du hier größer wie neun mal neun stellen. Und wenn die Pumpe an sich geladen ist und sie über neun mal neun steht, müsste sie ja theoretisch mehr laden als neun mal neun. Die Pumpe ist nur am pumpen. Aber die lädt gar nix. Achso, das heißt, das ist nur der Radius, den ich instelle. Ja. Alter. Bei der Pumpe stellt sie doch gar nix ein. Doch, klar. Die pumpt einfach nur das, was da ist weg. Achso, das heißt, über den Anker bestimme ich quasi, wie viel sie wegpumpen könnte. Ja. Ja, das, was geladen ist. Achso. Achso, ist das okay. Zur Not stelle ich die Pumpe einfach irgendwann das in der Mitte. Naja, so viel Aufwand ist das nicht. Äh, ich muss nämlich wieder dann über den Lavasee rüber bauen. Das ist das einzige Fähre hier. Einen Diamanten. Einen zweiten Diamanten. Ich bin auch Diamanten. Wie gut, dass ich kontrolliert habe. Dann hätte ich nämlich jetzt einen Diamanten verbuddelt. Tja. Das A4 Tool ist echt top. Tschüss, Christopher. Ciao. Junk Bug. Ja gut, das geht nicht unbedingt nur weg, wenn du re-connectest, sondern manchmal liegt das auch am Server. Ich habe übrigens einen Chunk Fix gemacht das letzte Mal, deswegen waren auch meine ganzen Tiere heute mein weg. Meine auch. Ja. Hätte ich was gesagt, ich hätte das neu gespawnt. Aber... Ja, ich wusste nicht woran es liegt, die waren ja gestern schon weg. Ja, du hättest... Ja, du hättest... Hättest du mich sollen fragen. Ich dachte, das wäre... Keine Ahnung. Ne, du hättest mich müssen fragen. Der Chunk Fix, wo man das letzte Mal das Problem hat, da habe ich einen Chunk Fix drüber laufen lassen. Der tötet alle Entities. Ja, das habe ich mir gedacht. Oh, guck mal. Der Fred fliegt da rum. Deswegen. Hättest du was gesagt, ich habe meine ACH ersetzt, weil... Das war ja nicht... Das war ja nicht unbedingt mein Verschulden, sondern es ging ja der... Server Performance zugute. Und deswegen hätte ich die auch ersetzt. Aber jetzt nicht mehr, oder wie? Ich dachte, du hast sie wieder. Ne, ne. Ah ne, dann ersetze ich sie noch. Kann ich gerne machen. Ich brauche nur zwei Spawne-Eier oder so. Also von Kühen und Schweinen. Ja, mache ich da. Wie gesagt, das ist... Ja. Das läuft mir aber nicht weg, weil ich finde gerade Dias. Fünf Dias. Bist du nicht acht hier. Naja, aber du bist Zinn, die nehme ich trotzdem mit. Kann man jetzt irgendwas mit Blei machen? Ja. Keine Ahnung. Das Hardened-Glas, was der Lukas und ich brauchen. Ist das anstelle von Opsi? Es gibt doch auch ein Hardened-Glas mit Opsi. Ja, das brauchen wir auch dafür. Ach, beides. Was ist dein Lied? Blei. Lied ist Blei? Lied ist Blei. Deswegen finde ich schon ab und an mal Sprit, da steht Lied Free drauf. Dann ist es Blei frei.